Haben Sie sich auch schon gewünscht, Lesezeichen oder Web-Inhalte direkt in Salesforce abzuspeichern? Ab sofort können Sie das! Mit dem Memonic Clipper für Salesforce. Sie bereiten den nächsten Kundentermin vor und haben wichtige Web-Inhalte gefunden. Klicken Sie auf das Memonic-Icon und wählen Web Clipper aus. Markieren Sie die wesentlichen Textstellen und Bilder und klicken Sie auf Speichern. Ihr Clip wird automatisch in Salesforce abgespeichert. Im nächsten Schritt können Sie Ihren Clip direkt einem Salesforce-Kontakt zuweisen. Beginnen Sie einfach zu tippen und wählen Sie den Kontakt aus. Übrigens können Sie den Clip auch gleich auf Chatter teilen. So sind auch Ihre Kollegen jederzeit im Bild und Sie besser vorbereitet für den nächsten Kundenkontakt. Der Memonic Clipper für Salesforce. Speichern Sie das Web in Salesforce. Jetzt installieren oder gratis ausprobieren im Salesforce App Exchange.